Back. Smart Back. Press the button. There is your back. Und flop. Fertig. Confirm. Batsch. So, wir sind in Nairobi endlich angekommen. Und was machen wir? Gehen natürlich sofort ins chinesische Restaurant und was essen. Musste fast durch zwei Terminals laufen. Damit wir hier gerade mal was... Damit meine Frau was zu essen bekommt. Ja, aber hallo. Wir sind zwei Wochen hier. Und ich habe gar nicht gegessen. Ich meine, ich esse nur afrikanische, europäische Essen. Ich vermisse meine Asien. Also... Also gibt es jetzt erstmal eine Runde Asia-Food und ein paar Bier. Also bis nachher im Flieger. Ja. Frau Mumnako. Die dicke Hose hier. Was essen wir denn heute mal? Hühnchen-Schenkel. Der gesamten Auftrag ist an Bord gestattet. Detailliert werden wir mal für uns. Wir nutzen elektronischer Geräte. Wir haben es endlich geschafft. Wir sind wieder... Zuhause. Wir haben jetzt unsere Sachen ausgepackt. Die ganzen Kameras, Objektive. Alles erstmal geputzt. Von dem ganzen Sand von der Safari. Und... Jetzt gerade eben kam unsere Rewe-Lieferung. Unser Kühlschrank ist wieder voll. Wir mussten uns gar um... Wir mussten uns um gar nichts kümmern. Ist alles da. Aber ich hole jetzt gleich mein Auto ab. Weil das war eine Werkstatt. Und fange dann an die Videos zu schneiden. Ja. Bin mal gespannt wie das alles wird. Unser nächster Trip wird die Kreuzfahrt sein im April. Mit der Norwegian Bliss. Ganz neu gebaut. Von London rüber nach New York. Das wird dann das nächste große Projekt. Also haut rein. Bis dann und viel Spaß. Tschö. Tschö.